Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Serie hier auf TimoTV und zwar Zombies auf dem Minecraft-Server. Ja, was auch sonst, was auch sonst, ja. Genau, jetzt so, Baby. Oh, 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 ja, ja. Zombies. Genau. 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 Ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt. Also, das wird, glaube ich, auch nicht so oft gespielt. Ich habe da so ein bisschen gezockt. Ich habe so ein Archiv-Mens. Der Werkzeug ist hier ein Menschen. Töte einen Zombie. Gewinne eine Runde als Zombie und vernichte die Zeit. Beginne einen Kampf mit einem Herz. Bei Hilfe zum Mordschaden. Zombie, der von einem anderen Spieler getötet wird. Erhalte Fallschaden aus über 50 Blöcken. Hö? Hö? Ah, Superman. Ja, sie gebe in einer Runde keinen einzigen Skull ab. Sie spielen heute mit einer Runde. Keine Ahnung, aber ich habe das Spiel. Sie mock mit der salaam ja... realized kann man nicht einen genutigen Wallen tippen, aber ich hoffe, dass euch Leute gerade Ein bisschen anders aus. Da kann man auf Zombies reiten. Da kann man Zombies reiten. What the fish? What the fish? Oh, äh, ja. Wir müssen versuchen, nicht infiziert zu werden. Äh, lolz. Und ich sehe schon, ich werde infiziert. Und ich habe... Nicht infiziert zu werden. Genau. Ich weiß jetzt noch nicht so genau, wie das hier abgeht. Da sind die Zombies. Äh, lolz. 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 Gut, äh... Äh, lolz. Äh, lolz. Äh. Äh, lolz. Äh, lolz, partiality. 識 ehh, lolz. Ühh, universality. Was ist das als Infizieren? Oh nein. Ei, ei, ei. Wenn wir übrigens Infizieren werden, dann werden wir auch so ein und das... Ist was passiert? Da kommt so wieder ein Zombie und hopp! Nein, 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 nein! Wo willst du hin? Wo willst du hin? Wo willst du hin? Oh, da gehö... Äh, da war's oben. Aha. Äh... Ah, gut! Gut, gut. Ja, wir sind halt hier klar im Vorteil. Zombies müssen hier schon so einen Sammelangriff machen, damit die uns bewegen können. Und sowieso. Und wir haben gewonnen! Gewonnen! Wir haben zwar nicht wirklich was gemacht und... mit dem Tisch! Wie die auf jeden Fall! ... ... ... ... Genau! Also, ich guck mal kurz auf die Aufnahmezeit. Na, sechs Minuten, da machen wir noch eine Runde. Genau! Und wir gucken mal, wie es hier aussieht. Geht hier los! Ah, da! Sind sie 24? Genau! Kommt da ein Zombie raus? Moment nicht! Warten wir kurz! Warten, warten, warten! Aber ich find das echt neis hier mit den... ...haltbaren... ...Zombies! Nein, das war nicht! Ich glaub jetzt, wir hier irgendwie kein Zombie rauskommen. Den Anzen kann man doch hochklettern, oder? Ne, das war nicht! Nicht egal! Und gar nicht wegen des Spiel? ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ich weiß es eigentlich nicht, wie das hier läuft mit infizieren, nicht infizieren. ... ... Ohne Ahnung. Lass jetzt nacht und... Die sind irgendwie Zombies geworden. Da sind wir auch... An Ronda ist Zombie auch nicht schlecht. Obwohl die meistens ja verlieren. Ja genau deswegen... Die Zombies verlieren meistens. Weil die einfach nicht so starke Power haben. Das Gute ist halt wenn wir... Genau, wenn... ...wieder Diebe infiziert haben, wenn da... ...gegrillt haben, wenn dann auch zu Zombies. Das finde ich echt nice. Wir haben noch einen Zombie! Noch noch einen Zombie! What a fish! What a fish! Zombies... Die Seite... Es macht es! Ah, Magnus! Hallo! Die Spieler haben halt mehr Power als wir Zombies. Aber halt... Wir müssen mal einen töten. Dann bekommen wir wenigstens... ...nen Fall und 10 Bögen. Ey, warte! Äh... ...nen Bogen und 10 Fall. Und? Nö! Hab nix gepackt! Dann müssen wir da... ...die wir mal wieder rein gemacht. Und... ...und dann... ...und dann Peile infiziert haben, dann... Ja, jetzt bin ich wieder mit 2. Jetzt habe ich auch Feierbogen. Mit den Pfeilen. T Exchange mit Molotow. So lange bitte YOUR Fakt. Da habe ich mich hinweisen. Aber tatsächlich. Dann Thank you! Nö! Dude, Hapt nicht Dez? T ehrlich! ateur- Nan, Schr Controller! ной Atme. Hä? Zile! Die Zombies haben mal gewonnen! Yes! Yes! Hi! Hi! Wir haben gewonnen! Ich bin nicht! Ich bin nicht! Ernsthaft! Es bin jetzt... Da hängt noch eine Runde dran, also. Aber ich finde, dass Bi macht... Echt, warte! Nur mal alles wieder! Genau! Ja! Nee! Zombie Shop! Na gut, 40 Sekunden, dann starte ich das Spiel! Ich glaube, ich habe mich... Slash... Start... Und das bringt nix! Irgendwie... Bei anderen bin ich... Irgendwie... Ich weiß nicht warum... Ich weiß... Einfach nicht! Yeah! Yeah! Och die Ops! Äh... Lol! 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 Komm mal... Wie soll man hier hinkommen? Oh! Oh! Habe es kopiert! Ich habe es kopiert! Gucken! Wie immer läuft! Hm! Es wird langsam Nacht! Wmit! Und schon immer! Ja, sag nochmal. Können können aber... Naja. Gut. Genau. Gut. Wieder sammen her. Mine. Aha. Genau. Genau. Komm, komm. Den kriegen wir. Den kriegen wir. Geschafft. Weiß nicht, wo hier noch Zombies sind. Millie ist da. Gott, wir haben Zombie. Genau. Hau Bullen. Da hat jemand einen Bullen. Wir haben einen Nachkampf. Aber was haben wir denn hier? Power of Life. Okay. Okay. Gott. Den hätten wir. Ja. 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 Komm. Super. 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 Ja. Was haben wir gewonnen? Ja. Äh. Es ist fast Tag. Ja. Ja. Oh, ihr seht, die Runde dauert hier 10 Minuten. Also, oder mal 12 Minuten. Also, halt eine Nacht. Ja. Und das ist halt ziemlich viel... Komm, Mann. Na gut, dass wir uns so verneuert haben. Das lief eh egal. Genau. Hallo. Ja, Zombie ist ja verloren. Ja, Baby. Tatsächlich, wenn wir zu was, wir brauchen noch eine letzte Runde und dann wäre es das für diese erste Folge. Folge. Hallo. Händen drin. Premiumvorteil. Ach, ja, ich glaube, wenn der ist noch Premiumspieler hier auf GOMMA HD. Ja, ganz richtig, ganz richtig, ganz richtig für ein Premium. Ja, 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 für ein Premium. Genau. Jetzt. Jetzt. Zombie-Seiten, okay, das saugert die Karte wieder. Ja, ja, nicht schlecht. Äh, Salz. Geh einfach mal nach oben. Wo ist so ein Schild? Okay. Oh, look, jetzt! Geh einfach mal nach oben. Oh,ja, ja, 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 ja. Was ist so ein Schild? Oh, ja, 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 ja. Oh, ja, ja, ja. Oh, ja, ja. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nein, 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 nein! Ja, sehr schön! Oh nein! Spennig Augen, Zombie! Nein! Na gut, dann wollen wir mal rauslegen! Dann ist wieder ein Film! Oh, was, was war das? Nun und... Blockwist! Genau! Warte! Blockwist! Also als Zombie hat man kaum Leben, man hat keinen Schutz, man hat gar nichts im Prinzip! die 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 und da wurden also ich bin gerne zum Beispiel zu sein ist nicht grad einfach und da kann man jemanden umlegen wenn das klappt wenn das klappt klappt, 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 nein! Nein! Das geht lang beim Tag Ei, ei, ei LOL Rigi also tolle Runde tolles Spiel wie ich finde ich glaube jetzt hat euch gefallen macht's gut mit der nächsten Folge Moment halt nicht gut äh nicht gut genug ist nicht ja genau und tschüss tschüss, ja tschüss 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 tschüss